Ja, schönen guten Morgen. Es war eine Überraschung, dass zum Anfang hier gleich ein Kollege aufgetreten ist. Und ganz herzlichen Dank an Guillaume Donega. Für diesen schönen, arrhythmischen Einklang. Auch eine Überraschung war es, dass Kirsten Juhl wohl Johannes Brahms gewählt hat. Johannes Brahms, das ist im Grunde eine Figur, wo man sagen kann, er repräsentiert in besonderer Weise die Schicksalstragik Deutschlands im 19. Jahrhundert. Das Stück, was wir gehört haben, Intermezzo aus Opus 118, wurde komponiert 1893. Also kurz vor der Philosophie der Freiheit. Andererseits hört man ja an diesem Werk das, was Johannes Brahms in besonderer Weise immer ausgemacht hat. Die Wehmut über ein vergangenes Zeitalter. In allen Werken Johannes Brahms erklingt immer eine Wehmut, als ob etwas verloren sei und irgendwann wieder zu gewinnen sei. Das 19. Jahrhundert ist das Schicksalsjahrhundert nicht nur für die deutsche Entwicklung, sondern im Grunde für die Weltentwicklung. Johannes Brahms, 1833 geboren, also ein Jahr nach Goethes Tod, gestorben, 97, wird am Ende seines Lebens in einem Brief sagen, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Derjenige, der noch so unendlich schöne, große Requien geschrieben hat und andere pastorale Musik, kann man sagen, wird am Ende seines Lebens sagen, ich weiß nicht mehr, ob es einen Gott gibt. Nietzsche hatte auch seine Äußerung dazu getan. Und jetzt beginnt Rudolf Steiner am Ende des Jahrhunderts wieder etwas aufzugreifen, was wie ein Keim angelegt war in der Zeit, die ich jetzt hauptsächlich besprechen möchte. Wir sind hier, glaube ich, ein Auditorium, wo viele sich mit Goethe, Schiller und Wilhelm von Humboldt beschäftigt haben. Ich werde also einiges Bekannte sagen. Ich möchte es sehr aphoristisch bringen. Also das heißt, in dieser kurzen Zeit kann man nicht über drei Biografien in ausführlicher Weise ein Bild geben. Aber vielleicht ein wenig die Signatur dieser Begegnung, insbesondere dieser drei Individualitäten. Auch gestern wurde ja schon am Abend von Matthew sehr schön eröffnet, zumindest das Feld geopolitischer Krisen. Das heißt, wir sind in einem Kampf von Weltanschauungen. Ein Kampf von Wissenschaftsauffassungen. Und dieser Kampf, den wir seit drei Jahren auch leibhaftig in Deutschland gespürt haben, also in der Auffassung einer Gesundheitskrise und so weiter, dieser Kampf hängt sehr intim mit der Problematik dessen zusammen, was Goethe, Schiller, Wilhelm von Humboldt bearbeitet haben. Es ist eine Krise der Wissenschaft als solcher. Das heißt, des Erkenntnisstrebens des Menschen, der sich, das hat auch Kirsten Juhl in ihrem Anfangsbeitrag sehr schön aufgezeigt, in gewisser Weise heute in einem selbstreferentiellen, materialistischen Kreis befindet. Thesen, Hypothesen wurden aufgestellt und in diesen Hypothesen wird nun Welt konstruiert und es scheint keinem zu entkommen, zu geben. Wissenschaftsentwicklung ist etwas, was in vielfältiger Weise verflochten ist mit religiösen Fragen, mit Fragen staatlicher Macht, also der Gesellschaftsgestaltung und insofern auch immer in ihrer Ausprägung abhängig von vielerlei Faktoren. Der Chemie-Nobelpreisträger Ilja Prigozine hat das einmal sehr schön ausgedrückt. Mit der Frage nach den Ursprüngen der Wissenschaft stoßen wir unmittelbar auf eine vielfältige Problematik, in der theologische und wissenschaftliche Fragen unauflöslich verknüpft sind mit dem, was man die äußerliche Geschichte der Wissenschaft nennt. Das heißt mit der Darstellung der Beziehung zwischen Form und Inhalt, wissenschaftliche Erkenntnisse, dem Zweck, für den sie genutzt werden und ihrem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und institutionellen Kontext. Ich werde jetzt versuchen, erst einmal die Grundbedingungen darzustellen, die ein Goethe vorfand, als er begann, sich der Natur zu widmen. Und zwar versuche ich jetzt einen kurzen Blick in Wissenschaftsgeschichte, wie sie über die Jahrtausende sich entfaltet. Man kann ja fragen, warum haben die antiken Griechen noch keine modernen Maschinen erfunden? Wenn man einen Platon-Sokrates-Dialog liest, dann kann man sagen, das ist schon sehr intelligent, das ist schon sehr geistreich. Wenn Sokrates hier sitzen würde und mit uns diskutieren würde, er würde standhalten mit den meisten, die hier mitdiskutieren würden. Das heißt, das war schon eine hohe Art der Verstandeskultur. Und man kann fragen, ja warum sind die nicht dazugekommen, aus dieser Gescheitheit, die schon da war, jetzt auch Maschinen zu entwickeln und das Leben bequemer zu machen, effektiver zu gestalten? Ein Hinweis gibt das Wort Machan. Dorisch, Mechana, also das griechische Mechana, Dorisch, Machana, Machination für mechanisch. Wenn wir heute von Machination sprechen, dann ist das eine Tücke, dann ist das eine List, eine Täuschung. Das heißt, das Wort Machana hat den gleichen Ursprung von mechanisch einerseits und andererseits von Täuschung. Wir haben damit einen Hinweis darauf, wie der Grieche die Natur noch gesehen hat. Die Natur war für ihn ein Wesen und jeglicher mechanischer Eingriff war für ihn eine Täuschung des Wesens, der Ganzheit, des Natürlichen. Das heißt, mit Verstandesbegriffen an die Natur heranzugehen, war eigentlich für den Griechen noch etwas, was er nicht für angemessen hielt, um sich dem Wesen der Natur zu stellen. Die Natur wurde noch als ein Lebendiges erlebt und das Mechanische war nur ein zurückhaltend, zugreifender Akt, wo man in bescheidener Weise versuchte, etwas dienend dem Ganzen beizufügen. Die Entwicklung des Christentums hat dann ja erst einmal sehr stark platonisch geprägt einen Dualismus aufgebaut zwischen Himmel und Erde. Und Erde war zugleich das Feld, wo der Mensch von allen Seiten, von Teufeln und Satan, ja, angegriffen wurde, verführt wurde. Der Himmel aber war dem Menschen unmittelbar verschlossen. Er war durch den Sündenfall herausgefallen und es war eine eher eine Schranke zwischen Erde und Himmel. Aber das ist noch ein Nachklang der ganz frühen, auch indischen Kulturen, dass die Heimat des Menschen eigentlich jenseits der irdischen Verhältnisse war. Und das Mittelalter hat ja dieses Weltbild erst einmal weitgehend praktiziert. Kirsten Juhl hat schon angedeutet, wie es durchaus auch andere Strömungen gab. Aber in gewisser Weise war eine Schranke gegeben und der Papst als Stellvertreter Gottes war derjenige, der alleinig den Zugang hatte. Das ist für die Wissenschaftsentwicklung von hoher Bedeutung. Die Strömung, die sich in gewisser Weise als eine sehr stille Strömung unter der mächtigen, petrinischen, römisch-katholischen Strömung auslebte und in vielen Wissenschaftspersönlichkeiten immer wieder in Erscheinung trat. Die Persönlichkeit des Paulus darf hier auch noch einmal kurz angeschaut werden. Paulus hat ja im Gegensatz zu Petrus den Jesus Christus nie bleibhaftig erlebt. Sondern er war im Gegenteil. Er war ein Verfolger, ein Verfolger der Christen, wie sie in Gemeinschaften sich schon versammelten. Und dieser Verfolger ist auf einem Verfolgungszug nach Damaskus und hat vor Damaskus dieses Erlebnis als individueller Mensch von einer Verfolgungsideologie geradezu erfüllt. Das heißt, er hat Soldaten dabei. Er hat im Grunde den Auftrag, Christen gefangen zu nehmen und erlebt das Damaskus-Erlebnis. Vor Damaskus stürzt er vom Pferd und wird eine Schau haben. Er wird eine unmittelbare Erfahrung haben einer geistigen Wirklichkeit. Seitdem wird er derjenige sein, der denkend sich bemüht, Menschen auf den Weg zu bringen. Er ist derjenige, der auch das Christentum erweitert aus dem nur jüdischen Rahmen nach ganz Europa. Paulus war jüdischer Abstammung, mit römischem Bürgerrecht und griechischer Muttersprache. Also er war schon ein Mensch, der das ganze römische Reich in einer lebendigen Weise verkörperte. Und diese Strömung, die nun von Paulus ausgeht und wie eine Unterströmung unter dem institutionell mächtigen römisch-katholischen Christentum durch die Jahrhunderte geht, diese Unterströmung wird immer deutlicher in Erscheinung treten. Es wurde schon ein wenig auf die Abschaffung des Geistes hingewiesen. Diese Abschaffung des Geistes steht ja im Zusammenhang mit dieser Grundproblematik der alten und der beginnenden neuen Welt. Ab 800 zieht zuerst über Spanien, dann in ganz Europa ein, die aristotelische Lehre über den arabischen Rom. Und um 1200 wird Aristoteles insbesondere dann durch Thomas von Aquin übersetzt. Und die Frage erscheint neu, auf neuem Niveau. Was kann der menschliche Geist erfassen? Ende des Mittelalters, kurz vor der Reformation, also kurz vor Luther, tritt nun eine sehr bedeutende, auch für die gesamte Wissenschaftsentwicklung sehr bedeutende Persönlichkeit auf, Nikolaus Cusanus. Und Nikolaus Cusanus ist derjenige, der nun wagt, erkenntnistheoretisch darzulegen, die Erweiterung des bisher gegebenen Erkenntnisvermögens. Cusanus war Kardinal der katholischen Kirche, eng auch in Zusammenhang stehend mit dem Papst. Er wurde sogar einige Zeit als Nachfolger gehandelt, hat sich sehr früh bemüht um eine Reformation der katholischen Kirche. Die Zentralisierung sollte zunehmend durch eine Dezentralisierung, also eine gemeinschaftliche Verwaltung der Kirche überwunden werden. Zum anderen war er auch hochgradig wissenschaftlich interessiert. Er machte erste Versuche mit der Waage. Er versuchte, Messbarkeiten in der Natur zu finden. Und dieser Nikolaus Cusanus hat eine Erkenntnistheorie gebracht, die nun mit einem Schlag deutlich macht, wir haben hier zumindest eine Fragestellung, die es bewusst zu erfassen gilt. Er gliedert den Erkenntnisprozess in vier Stufen. Sensus, Sinnlichkeit, das sinnliche Wahrnehmungsvermögen. Ratio, Verstand, Intellectus, Vernunft und nun Animus oder Anima die geisterfüllte Seele. Und mit diesem vierten Faktor war er über alle vorhergehenden Denker hinausgeschritten. Er tritt damit etwas ein, was die katholische Kirche bisher versiegelt hatte. Deshalb ist das auch im Grunde nur ein unscheinbar in seinem Werk auftretender vierter Faktor. Das heißt, er war eigentlich Ketzer. Denn er hat gesagt, ja, die menschliche Seele ist geistfähig. Das heißt, sie hat in sich einen Zugang zum Göttlichen. Die Konsequenz für die jetzt weitergehende Entwicklung ist gewaltig. Aber Cusanus hat in gewisser Weise einen Wurf gemacht, der erst zu erfüllen war. Und wir sehen, wie nun in den nächsten Jahrhunderten die Menschheit sich in gewisser Weise stufenweise durch die von Cusanus dargestellten Erkenntnisstufen arbeitet. Es wird immer ein gewisser Schritt gemacht, eine Offensive, die dann wieder eingefangen wird und ein System bildet. Der Verstand der sich auf die sinnliche Erfahrung wendet. Das ist im Grunde der erste Akt alles Naturforschens. Dass ich versuche, Begriffe an Erfahrungen des Natürlichen zu gewinnen. Interessanterweise ist der Start dieser Art von Wissenschaft, wie sie nun Kreise zieht. England. Zu England muss man ja wissen, da gab es einen Heinrich den Achten. Und Heinrich der Achte war derjenige, der viele Frauen hatte. Einige hat er wohl umgebracht. Bei einer hat er sich gedacht, umbringen will ich sie jetzt nicht, aber vielleicht könnten wir jetzt mal mit dem Papst ein Gespräch führen, dass er zumindest eine Scheidung genehmigt. Der Papst sagte ab und das ist der Anfang der anglikanischen Kirche. Das heißt, Heinrich VIII sagt, gut, dann gründen wir eben eine eigene Kirche. Diese Signatur, dass nun England sich entkoppelt von der katholischen Kirche, diese Signatur ist hochbedeutend. Denn das Christentum ist nun erst einmal in gewisser Weise Staatskirche. Es ist Kirche eines Staatlichen. Das Oberhaupt ist nämlich Heinrich VIII. nicht nicht mehr der Papst. Das heißt, Macht und Geistesleben sind in einer ungeheuren Weise verquickt. Aber ein Staat hat auch zu sorgen um wirtschaftliche Belange. Das heißt, wie wird England prosperierend? Wie kann die englische Entwicklung jetzt wirklich einen Aufbau erfahren? Unter Elisabeth wird dann 1588 die spanische Armada vernichtend geschlagen. Und in dieser Zeit beginnt ein sogenannter erster großer Naturwissenschaftler Francis Bacon seine, man kann sagen, Theorie zu enthalten. Denn ein Forscher in dem Sinne war er erst einmal nicht. Aber Francis Bacon ist einer, der nun im Zusammenhang mit diesem Staatsgeistes Leben versucht, Forschung auf den Weg zu bringen, die dem Leben in diesem Lande nützt. Also eine sehr starke Nutzenorientierung von Anfang an. Er erkennt, dass viele der wissenschaftlichen Weltbilder, wie sie bereits gegeben waren, ja zu ideologisch, zu ideell angelegt waren. Kirche will er nicht mehr als Obrigkeit des Geisteslebens anerkennen. Er sagt, wir brauchen einen Weg in das Wesen der Natur, weil die Sinne des Menschen immer eine subjektive Verfälschung bringen. Er begründet die experimentelle Naturwissenschaft. Das heißt, er setzt etwas dazwischen, man kann sagen, einen Mechanismus, der ihm nun etwas gibt, was es in dieser Form davor nicht gab, ergibt ihm Zahlen, ergibt ihm Berechenbarkeit. Man kann daraus nachvollziehen, wie diese Franzen-Bakensche Denkungsart nun zunehmend Forschungsräume eröffnet wird und letztendlich England in der Erzeugung moderner Maschinen zum Vorreiter machen wird. Die ganze industrielle Entwicklung Englands wird hier veranlagt. Wenn wir nun weitergehen, dann kommen wir in gewisser Reise auf eine Gegenströmung. Das ist die rationalistische Strömung. René Descartes, der nun das genau angeht, die Ebene angeht, die ein Francis Bacon als Idole ad Akta gelegt hatte, nämlich das reine Denkvermögen. Cogito ergo sum, ich denke also bin ich, die neue Gewissheit, die nun sich anschickt, ein eigenes Weltbild hervorzubringen. Der Rationalismus, der dann insbesondere in Frankreich, Frankreich ist noch katholisch und Frankreich bildet insbesondere das rationale Denken in dieser Zeit in besonderer Weise aus und man kann sagen, es führt zu einer Denkungsart, die letztendlich hineinführt in neue Staatskonzeptionen. In Deutschland, also nach Descartes, Leipzig, ist es insbesondere Christian Wolf, der heute kaum mehr bekannt ist, der aber für Friedrich den Großen noch dezentral gestalt war. Es wird dann Immanuel Kant ein Gegner des Rationalismus wiederum sein, der wiederum an den Empiristen anknüpft, insbesondere an David Jung und die übermütige Perspektive der Rationalisten, dass nämlich das Denken fähig sei, Wirklichkeit zu gestalten, wieder zurückdrängt und seine Art der Erkenntnistheorie und seine Erkenntnisgrenzen aufstellt. Weniger groß hat sich erst einmal entfaltet, das, was man nennen kann, den objektiven Idealismus. Das heißt, das, was die vierte Stufe ausmacht bei Kosanus, dass der Mensch über sein Vernunft Vermögen hinaus, über die Abstraktion hinaus, wieder in die geistige Wirklichkeit der Welt eintritt. In besonderer Weise hat dieses erst einmal gar nicht die Wissenschaft ausgebildet, sondern man kann sagen, es ist in Erscheinung getreten als ein künstlerischer Impuls. Das goldene Zeitalter der Niederlande hat eine Geistigkeit ermöglicht, die den individuellen Menschen in neuer Art wirksam werden ließ. Die Niederlande hatte in langen Kämpfen sich von der spanischen Vorherrschaft getrennt und war nun nicht einfach nur protestantisch geworden, sondern die Niederlande hatte Religionsfreiheit. Jüdische Strömungen, protestantische katholische verschiedenste Strömungen trafen sich in den Niederlanden und entfalteten ein ungeheuer reges Geistesleben. Wenn man sich anschaut, wie in Erscheinung trat dieser Prozess, dann kann man vielleicht diese Schützenbilder als Beispiel nehmen. Oben haben wir das noch katholisch beherrschte, die noch katholisch beherrschten Niederlande. Man sieht eine Zunft Gemeinschaft, die zusammensteht in äußerlicher Ordnung. Das heißt, man hat auch noch gemeinsame Zeichen, die einem verliehen werden. Das zweite Bild ist schon aus der goldenen Epoche. das ist aus der Zeit, wo dann ein anderer, der größte dieser Zeit wirksam wird. Also wir haben hier schon eine demokratisch selbstbewusste Gesellschaft. Spinoza zum Beispiel ist schon in dieser Zeit tätig. Das heißt, es ist Rationalismus, es ist Empirismus, es sind viele Strömungen tätig und in dieser Zeit öffnet sich die Ahnung, der individuelle Mensch ist der Gestalter auch der sozialen Verhältnisse. Jetzt kommt der dritte, Rembrandt van Rien, der nun mit seiner heute sogenannten Nachtwache ein Bild schafft, wo er eine komplett andere Ordnung darstellt. Für Rembrandts Karriere war das der Ruin. Er hat mit diesem Bild es geschafft, nie wieder einen bürgerlichen Auftrag zu bekommen. Die vorausgezahlten Gelder für dieses Bild musste er komplett zurückzahlen. Das heißt, er war danach bankrott. Denn was macht er? Das ist nicht mehr gleichberechtigt. Jeder hat 100 Gulden gezahlt und jeder darf nun gleich groß und gleich wichtig in Erscheinung treten. Nein, auf einmal bekommt die Sache einen seltsamen inneren Zusammenhang man weiß bis heute nicht genau was es ist, aber hier wird etwas in einen Tätigkeitszusammenhang gebracht. Und dieser Tätigkeitszusammenhang heißt die müssen alle irgendwie begeistert sein von einem. Sie müssen also zusammen wirken wollen. Eine kleine Note ist auch noch, dass das erste Bild ist, wo eigentlich ein weibliches Wesen in Erscheinung tritt. Und zwar ein junges Mädchen wie ein Engel. Und das hat natürlich die damalige Ordnung erst einmal vehement erschüttert. So liberal, so freiheitlich orientiert war die Niederlande dann doch nicht. Also paulinischer Geist im goldenen Zeitalter der Niederlande. Deutschland ist zu dieser Zeit im Dreißigjährigen Krieg. Deutschland wird nahezu dem Erdboden gleich gemacht. Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung der Deutschen wird umgebracht, tötet sich im Religionskonflikt. Es ist erst ein ganz langsames Wieder zu sich kommen. Das sogenannte Römische Reich Deutscher Nation ist nur noch ein Schatten, ist nur noch ein Relikt aus einer anderen Zeit. Es gibt noch künstlerische große Momente, wenn man denkt an Johann Sebastian Bach, der den von Luther befreiten Gemeindegesamt, Gesang. Luther ist derjenige, der der Gemeinde das Lied übergibt, also sozusagen die Stimme wird dem Volk gegeben und damit aber auch den ganzen kosmischen Gesang des Mittelalters ungeheuer profanisiert. Er macht das repetierbare Gemeindelied gängig. Und Johann Sebastian Bach ist in gewisser Weise derjenige, der auch hier einen Schritt weiter geht. Man muss noch denken an die Fuge, die Komposition der Fuge. Viele individuelle Stimmen wirken wiederum in einem größeren Kontext zusammen, erzeugen wiederum Gemeinschaft und gemeinschaftliches Wirken. Deutschland und zur Zeit Goethes ist in gewisser Weise in den zwei Strömungen befangen. Einerseits der in Deutschland sehr mächtig wirkende Rationalismus, ich habe Christian Wolf erwähnt, das heißt eine sehr mutig, übermütige Gesinnung im Adel in der höheren Bürgerschaft, die nun davon ausgehen, wir werden auch unsere Bürger zu guten Menschen erziehen. Also der Staat und die staatliche Ordnung als Erziehungsmittel. Dem gegenüber tritt bremsend Immanuel Kant auf, der ursprünglich auch ein Anhänger Wolfs war, aber nun David Hume kennenlernt und den ganzen Relativismus des englischen Empirismus. Er wird nun sagen, nein, erstens, die Wahrnehmung ist nicht gesichert, zweitens, das, was ihr Geist nennt, ist im Grunde nur eine Vorstellungsabstraktion. und in den eigentlichen Geist, in die eigentlich geistige Sphäre werdet ihr nicht kommen können. Das ist eigentlich die ambivalente Situation, in der Deutschland sich befindet, als ein Johann Wolfgang von Goethe auftritt. Und da werde ich jetzt versuchen, drei kurze Skizzen von Goethe, Schiller und Willen von Humboldt. Goethe wächst gut bürgerlich in behüteten Verhältnissen auf. Sein Vater verwaltet ein Erbe, das heißt, er muss nicht mehr arbeiten, er hat nur noch Ehrenämter und wird seinem Sohn alles ermöglichen, was eine umfassende Bildung sein kann. Das heißt, Goethe war nie in der Schule, aber er hat von der Antike erfahren. Er hat viele großartige Spaziergänge mit kundigen Menschen erlebt. Er hat wohl situiert in einem Haus, wo es nie finanzielle Probleme gab, aufwachsen können, mit einer Schwester und einer Mutter, die wohl eine frohe Natur und eine poetische Ader hatte. In diesem Milieu wächst dieser Goethe auf. Und nun, um das etwas zu komprimieren, weiß man, in welcher Weise Goethe nun ein ungeheuer produktives Leben entfaltete. Aber mir ist jetzt auch nochmal in der Vorbereitung nochmal neu deutlich geworden. Man kann Goethe als Ereignis, Goethe als Phänomen nicht verstehen, wenn man eine ganz besondere Situation, Lebenssituation nicht in ihrer vollen Dramatik und in ihrer vollen Größe versteht. als Goethe in Leipzig Student ist, mit 19, wird er nach einer ersten übermütigen Phase krank. Er kommt nach Frankfurt zurück und in Frankfurt erleidet er einen Blutsturz, das heißt, er wirft Blut aus und ist bewusstlos und er ist nahezu aufgegeben. Welche genauen Umstände es waren, dass er wieder geheilt wurde, will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Das Entscheidende ist, nach dieser Krankheit erlebt er selbst an sich, was ist los? Ich bin verändert und alle Menschen in seinem Umraum erleben auf einmal einen Menschen, der nicht mehr der Goethe ist, wie er davor war. Aber entscheidend für Goethe selbst, dass er selbst erst einmal gar nicht versteht, was ist passiert. Der Götz wird in einem Schwung geschrieben und rausgestellt, Götz von Berlichingen, dann die Leiden des jungen Wärters. Dadurch wird er gerät er in die Aufmerksamkeit des Fürsten von Weimar und wird eingeladen nach Weimar. Bevor er nach Weimar kommt, gibt es noch eine kleine interessante Situation. Er schreibt ein kleines Pamphlet, Götter, Helden und Wieland, eine Schrift über den Dichter von Weimar. Denn Wieland war bisher der wesentliche Dichter in Weimar. Und das ist ein Pamphlet, das heißt, er macht sich lustig über den Wieland. Sehr schwungvoll lustig. Dann kommt er nach Weimar und die erste Reaktion von Wieland lese ich einmal vor. Dienstag den siebten des Monats morgens um fünf Uhr ist Goethe in Weimar angelangt. O bester Bruder, was soll ich dir sagen, wie ganz der Mensch beim ersten Anblick nach meinem Herzen war. Wie verliebt ich in ihn wurde, da ich am nämlichen Tage an der Seite des herrlichen Jünglings zu Tische saß. Seit dem heutigen Morgen ist meine Seele so voll von Goethe wie ein Tautropfe von der Morgensonne. Das ist der, den er gerade ungeheuer beleidigt hat und Wieland wird dann sogar eine Rezension des Buchs von Goethe geben und wird nur sagen ein Meisterstück von Perciblage. Also er wird anerkennen, hier kommt ein größerer. So, wir wissen nun, wie Goethe in Weimar Schritt für Schritt sehr, sehr viele Aufgaben übernommen hat. Also er ist nicht nur gesponsert worden, sondern er hat auch sehr, sehr viel geleistet. Er hat zum Beispiel die Wegebaukommission übernommen. Weimar war noch nicht gepflastert. Das war ein ländliches Dorf. Er pflastert die Wege. Er lässt die Wege pflastern. Er wird für die Kriegskommission zum Leiter ernannt. Er halbiert den Wehretat. Er wird zum Chef der Bergbaukommission ernannt. Und letztendlich Theaterdirektor, Wissenschaft, also Kulturminister und so weiter. Das bringt mit sich, dass er über Jahre auch kaum mehr dichten kann. Aber er entdeckt die Natur. in neuer Weise. Und dieser naive Goethe, das vielleicht kann ich etwas in dieser Runde abkürzen, bindet sich jetzt der Natur zu und sieht sie in seiner Art. Und wenn wir uns fragen, wie sieht Goethe die Natur, dann können wir vielleicht diese zwei Worte einmal uns vergegenwärtigen. Wahrheitsliebe zeigt sich darin, dass man überall das Gute zu finden und zu schätzen weiß. Das Wahre ist gottähnlich, es erscheint nicht unmittelbar, wir müssen es aus seinen Manifestationen erraten. Das spricht eine große Gewissheit einer geistigen Weltwirklichkeit und das ist ja schon fast der Versuch ja helfend dem anderen etwas mitzuteilen. Wir müssen es in Manifestationen suchen, damit wir den höheren Zusammenhang finden. Aber hinter dem Ganzen, hinter den ganzen Einzelerscheinungen haben wir einen höheren Zusammenhang zu finden. Interessant denke ich, das wird an diesen zwei Zitaten schon deutlich, Goethe hat eine Gewissheit, die er nun im Verhältnis zur Natur aufzuarbeiten versucht. Dementsprechend schaut er in die Natur. Das ist die Wartburg und man kann an diesem Bild sehen, also einer der Zeichnungen Goethes, Tusche-Zeichnung Goethes, wie er Natur anschaut. Ich finde es ein ungeheuer sprechendes Bild, gerade wenn man vergleicht das Weben und Leben des Waldes im Verhältnis zur konstruierten Wartburg. Also in der ganzen Natur haben wir einmal zwei kleine Striche, ansonsten haben wir ein Leben, eine Vielfalt an Formen, ein Metamorphosen geschehen. Goethe wird ja nun, nachdem er so intensiv in Weimar tätig wurde, ausreisen und nach Italien fahren. Und das war tatsächlich nicht so ganz abgesprochen. So ein bisschen hat das dem August angedeutet, aber er hat im Grunde wenig vorgeplant, sondern erst wirklich los und hat dann Forderungen gestellt, aufgrund dessen, was er bereits geleistet hatte in Weimar. Ich will jetzt wirklich unabhängig von allen Staatsgeschäften nur noch mich jetzt erst einmal Rom widmen, erst einmal Italien widmen, der Natur widmen und ich möchte wieder dichten. Und der Fürst gewährt ihm das, das heißt, er kann jetzt einfach frei hinausgehen. Goethe ist 37 und diese Reise wird nun den Selbsterkenntnisprozess befördern. Also was ist mein Sehen? Was ist mein Sehen der Natur? Denn zuerst beginnt er die Urpflanze zu suchen. Er sagt also die Einheitlichkeit der Pflanzenwelt. Sie muss doch darauf hinweisen, dass irgendwo eine Einheit gegeben ist in einer Urpflanze. Und er selbst sucht tatsächlich eine Pflanze, die er letztendlich als Urpflanze Ding festmachen könnte. Und er streift durch die italienische Landschaft, sieht die veränderten Erscheinungen der Pflanzen, von Pflanzen, die er aus Deutschland kennt, in anderen Proportionen und sagt und sagt sich dann, im Angesicht so vielerlei neuen und erneuten Gebildes fiel mir die alte Grille wieder ein, ob ich nicht unter dieser Schar die Urpflanze entdecken könnte. Eine solche muss es denn doch geben. Woran würde ich sonst erkennen, dass dieses oder jenes Gebilde eine Pflanze sei, wenn sie nicht alle nach einem Muster gebildet wären. Also er sucht tatsächlich nach einer physischen Urpflanze und ich denke, das muss man verstehen, was hier vorliegt. Also er hat eine Ahnung, geht aber mit einem Verstandesdenken vor. Das heißt, Goethes Denken ist seiner eigenen Ahnung noch nicht gewachsen. Später wird er noch auf der italienischen Reise sich eingestehen, die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll. Es war mir nämlich aufgegangen, dass in demjenigen Organ der Pflanze, welches wir als Blatt gewöhnlich auszusprechen pflegen, der wahre Proteus verborgen liege, der sich in allen Gestaltungen verstecken und offenbaren könne. Vorwärts und rückwärts ist die Pflanze immer nur Blatt, mit dem künftigen Keime so unzertrennlich vereint, dass man eins ohne das andere nicht denken darf. Ich muss jetzt ein bisschen schneller gehen, damit wir hier die Zeit einhalten. Er kommt dann dazu, dass er letztendlich die Urpflanze als ein Geschehen beschreibt, als ein Metamorphose Geschehen, das Blatt in seiner Metamorphose im zeitlichen Pflanzen Entwicklungsvorgang. Also der Atmungsvorgang von Ausdehnung Zusammenziehung, den er dreimal beschreibt, als das Urtypische des Pflanzenwachstums. Der Zeitbedingthalber gehen wir einmal weiter. Nun kommt Friedrich Schiller und Friedrich Schiller, gerade auch unter Anthroposophen wird er häufig als der Kantianer, der hat den lebensvollen Goethe nicht so richtig verstanden. Eigentlich braucht man den kaum. Ich werde heute eine ganz andere These vertreten. Ich denke, Goethe kann nicht fruchtbar werden ohne Schiller. Das ganze Goethe'sche Werk, er ist tatsächlich in polaren Lebensverhältnissen aufgewachsen. Goethe wird ja selbst sagen, wir waren Geistesantipoden. Schiller wächst im ärmlichen Marbach auf, in ganz dörflichen Verhältnissen. Der Vater ist mehr oder weniger autodidaktischer Medikus beim Militär, häufig abwesend und der junge Schiller wächst in der kleinen Dorfgemeinschaft auf, wo ein Pfarrer Moser die Hauptgestalt ist. Und dieser Pfarrer Moser ist auch sein erstes großes Vorbild. Er stellt sich auf einen Stuhl und predigt schon als Siebenjähriger. Nun gibt es auch bei Schiller ein Erlebnis, was anders gelagert ist als die goethe'sche Todeserfahrung. Das ist eingegangen in die Schiller Biografien als das Emmaus Ereignis. Neunjährig geht er mit seiner Mutter und seiner Schwester in die schwäbische Natur und sie wandern einen Berg hoch und die Mutter erzählt ihnen vom Emmaus Ereignis aus der Bibel. Es geht etwas innerlich auf und seitdem ist auch der kleine Schiller verwandelt. Er will Pfarrer werden und als Pfarrer denkt er kann er das was er erlebt hat das was er nun als innerliches Erlebnis als Gewissheit hat in die Welt tragen. Es wird aber bekannt da ist ein ganz begabter junger Mensch mittlerweile sind sie in Ludwigsburg umgezogen da ist ein ganz begabter sehr intelligenter junger Mann mit 13 14 Jahren und der Herzog ist dabei eine neue Akademie zu gründen eine Pflanzschule für sein zukünftiges Personal natürlich will er die Begabtesten seines Landes und holt den Schiller dazu zweimal lehnen der Friedrich und sein Vater ab weil sie wissen der hat schon seinen Weg und beim dritten Mal wird er militärisch abgeholt und die Geschichte ist auch sehr berühmt die will ich jetzt gar nicht weit aus führen aber man kann sagen in dieser Karlsschulzeit wird Schiller zu einem jungen Intellektuellen denn der Tagesdrill nur Sonntag ab 17 Uhr ist eine gewisse Freizeit ansonsten ist der Tag von morgens sechs bis abends Bett Gehzeit 21 Uhr getaktet einmal im Jahr Besuch also ein ungeheurer Drill und die Nächte werden bereits studiert und so weiter und so fort er wirft ja dann die Räuber raus nachdem er sich los gemacht hat und wird dann anders als Goethe ein Verhältnis zur Gegenwart finden und das ist in diesem einen Satz so schön ausgedrückt ich möchte fernerhin an keinen Thron mehr appellieren als an die menschliche Seele Was er nun anstrebt das sieht man in seiner frühen philosophischen Schrift die philosophischen Briefe die er angeregt durch den Dialog mit seinem Freund Korner entfaltet man sieht von Anfang an der beginnt nicht wie Goethe bei der Natur die Idee gilt es zu entwickeln in die Sphäre der Liebe die Liebeserfahrung wird zur Aufopferung um letztendlich zur göttlichen Vereinigung werden zu können dieses ungeheuer idealistische die sogenannte Theosophie des Julius entfaltet Schiller und gibt etwas was viele seiner Zeitgenossen auch sehr berührt und begeistert hat in dieser Zeit schreibt er auch die Schaubühne als moralische Anstalt also er will das Theater jetzt zu einem Verkündigungsort ausgestalten im Don Carlos würde er sagen Sire geben sie Gedanken Freiheit das ist eigentlich die erste Phase mit der er in Erscheinung tritt man kann sagen hoch religiös motiviert die zweite Phase da wird er sich widmen der Geschichte und er schreibt die Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung diese Schrift ist vollendet da drängt er schon in Richtung Goethe er will die ganze Zeit mit diesem Goethe in Beziehung treten der Goethe der jetzt aus Italien zurückgekehrt war lässt ihn aber abperlen und vermittelt ihm nun eine Geschichtsprofessur in Jena und manche Biografen sagen ja das war damit der Abstand gewahrt bleibt man kennt die begeisternde Antrittsvorlesung über Universalgeschichte das heißt auch nicht es ging nicht um Fach Geschichte nicht von unten sollte losgearbeitet werden sondern es sollte aus dem großen Zusammenhang der Menschheitsentwicklung das einzelne Phänomen betrachtet werden da hat er dann auch so schön geäußert wollt ihr Brot Gelehrte sein oder freie Geister und die Begeisterung war groß und die Gegenreaktion der Mitprofessoren ebenso er hatte nämlich bei der Veröffentlichung seiner Antrittsvorlesung geschrieben Professor der Philosophie das hat ein Kollege gesehen hat alle Deckblätter abgerissen denn Schiller war Professor der Geschichte man sieht wie Schiller ja ganz anders ins Leben eintritt und an diesen Goethe nun immer näher herantritt also die zweite Phase als Historiker und die dritte Phase kann man sagen da beginnt er überhaupt erst da beginnt er überhaupt erst die Wirklichkeit als solche wie sie dem Goethe vor Augen stand in Fühlung zu nehmen dazwischen aber möchte ich ganz kurz ein schönes Wort von Novalis vorlesen wie er Schiller begegnete Novalis war sehr jung ich glaube 20 als er Schiller das erste Mal begegnete und er schildert diese Schilderung Sein Blick warf mich nieder in den Staub und richtete mich wieder auf das uneingeschränkteste Zutrauen schenkte ich ihm in den ersten Minuten und nie ahnete mir nur dass meine Schenkung zu übereilt gewesen sein hätte er nie mit mir gesprochen nie teil an mir genommen mich nie bemerkt mein Herz wäre ihm unveränderlich geblieben denn ich erkannte in ihm den höheren Genius der über Jahrhunderte waltet und schmiegte mich willig unter den Befehl des Schicksals also diese Art der Berührung hat Goethe nicht ausgelöst es ist eine ganz andere Art der Berührung es hat etwas den Willen anregendes etwas in die Zukunft führendes und in der Zeit der französischen Revolution begann Schiller sich über die Frage zu verständigen wie kann denn Entwicklung des Menschen gefördert werden wie kann die innere Entwicklung gefördert werden wo wir doch sehen dass durch den rationalen Staat der innere Mensch nicht angeregt werden kann in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen wird er jetzt erst einmal die Zeitphänomene versuchen zusammen zu schauen die Deprivation der bürgerlichen Schicht also die Verkommenheit gerade der höheren Stände und auf der anderen Seite die Orientierungslosigkeit an ihre Begierden gebundene einfache Bevölkerung und wie hier keine Vermittlung zu sehen ist die Barbaren regieren und die Wilden wollen Revolution machen und dieses Grundproblem führt ihn zu dem was er nennt den ästhetischen Staat ich mache es jetzt etwas schneller oben haben wir ein Bild wie der Rationalist Fichte Johann Gottlieb Fichte sich zum Beispiel die Sache vorstellte wir sind doch heute im Vernunftwesen die Vernunft haben wir errungen jetzt brauchen wir nur noch die richtige Politik dann werden wir die Idealzustände herrichten das ist eine Entwicklung ohne den individuellen Menschen in seiner Entwicklung zu bedenken Schiller geht den Weg über den ästhetischen Staat und er wird das in die schönen Worte in einem Brief formulieren glühend für die Idee der Menschheit gütig und menschlich gegen den einzelnen Menschen und gleichgültig gegen das ganze Geschlecht wie es wirklich vorhanden ist das ist mein Wahlspruch da wird also nicht frontal die Politik angegangen die Verhältnisse als solche werden gar nicht reformiert sondern es werden im Feld der menschlichen Begegnung neue Impulse geweckt so wir haben noch nach meiner Uhr fünf Minuten hier kündigt sich schon Friedrich Schiller an dazwischen darf noch kurz auf ein schönes Wort von Goethe hingewiesen werden was deutlich macht in der Begegnung mit Schiller wird er zunehmend erkennen es ist der Geist der es mir überhaupt ermöglicht hat in dieser Art die Natur anzuschauen das heißt ich hatte eine Erweckung in gewisser Weise sein Todeserlebnis aber methodisch kann ich nicht von der Natur von der äußeren Natur zum Geist fortschreiten und er sagt hier in einem in einer Kommentar zu Kant beiliegende kurze Darstellung der Kant'schen Philosophie ist allerdings merkwürdig hier werden die Hauptkräfte unseres Vorstellungsvermögens Sinnlichkeit Verstand und Vernunft ausgeführt die Fantasie aber vergessen also Animus tritt hier als Fantasie auf man kann sagen der ganze höhere Mensch in seiner Produktivität wir gehen weiter damit wir einen kurzen Blick noch haben Wilhelm von Humboldt Wilhelm von Humboldt aus meiner Sicht ungeheuer unterschätzt im Geschehen der Begegnung Goethes mit Schiller Er ist ein junger Adliger der aus Berlin aus dem gebildeten Bürgertum kommt durch seine Frau in die Kreise von Goethe und Schiller eingeführt wird und dort dann beiden mit beiden eine Beziehung eröffnet und ein Vertrauen bildet dass beide in ungeheurer Weise eine Annäherung dieser Antipoden Schritt für Schritt ermöglichen das nur angedeutet Humboldt hat eine Wesensart die in vielen Feldern durch die Art der Achtung von Individualität wie er sie lebt vermittelnd gewirkt hat ein schönes Beispiel ist seine Wirksamkeit als Minister als Sektionsleiter für Bildung in Preußen später er bildet Kollegien das heißt er setzt all seine Mitarbeiter an einen Tisch und es darf ihm widersprochen werden bisher kannte man nur rationale Entscheidungen und Befehle jetzt wird am Tisch gesprochen in einer achtungsvollen Art etwas entwickelt er entsendet seine Mitarbeiter in die Bevölkerung er will nicht einfach Programme in die Welt senden sondern er will wissen was steht an das heißt er trägt Wahrnehmungen zusammen in diesem Sinne war Humboldt durchaus ein Wegbereiter auch dessen was Rudolf Steiner später nennt die Assoziation in vieler Hinsicht hat er assoziative Gespräche gefördert und wenn Humboldt reiste er war ja ein ungeheuer sprachenkundiger Mensch er konnte also überall in der Muttersprache unterwegs sein in Italien England Spanien Frankreich wenn wenn er unterwegs war er ist nicht in die Museen gegangen sondern in die Krankenhäuser und Lazarette das heißt er hat sich wirklich mit den Menschen und den Bedingungen der einfachen Bevölkerung befasst er wollte also eine Sozialgestaltung bewirken die das was er an Schiller und an Goethe erlebte sozial wirksam machte die letzten Minuten sind angebrochen wie jeder sich selbst auf die Sorgen der Hilfe des Staates verlässt so und noch weit mehr übergibt er ihr das Schicksal seines Mitbürgers dies aber schwächt die Teilnahme und Macht zu gegenseitiger Hilfsleistung Träger so der Schlussteil ist der Gegenwart eigentlich gewidmet dem 19. Jahrhundert und der Gegenwart ich mach's ganz kurz als Goethe als Schiller starb als Schiller starb formuliert es Humboldt so dass er sagt solange er lebte war seine lehre lehre für uns seine freunde das eigentlich geltende jetzt da er dahin ist haben die anderen die übermacht und an seine frau er bleibt der größte und schönste mensch den ich je gekannt und jetzt auch noch Goethe dahin geht dann ist eine schauerliche öde in deutschland ich denke diese schauerliche öde hat dann tatsächlich deutschland befallen der positivismus zieht seinen siegeszug und sozial bedeutet das wir haben keine individualität in der sozialgestaltung sondern wir haben einen unverwandelten empirismus einerseits in dem was aus dem englischen empirismus in den wirtschaftsliberalismus eingewirkt hatte also Adam Smith der sagt nütze dir selbst und du nützt der gemeinschaft wir hatten gestern schon von der vermeintlichen unsichtbaren Hand des Marktes gesprochen das heißt die Grenze der Unerkennbarkeit im wirtschaftlichen und auf der anderen Seite etwas was auch zu wenig bisher aufgearbeitet wurde der deutsche Sozialstaat als Vorbild weltweit Rudolf Steiner sagt durch Fichte wurde eigentlich der Bolschewismus in die Welt gebracht das ist die Kurzfassung Fichte ist mit seinem geschlossenen Handelsstaat so weit gegangen dass er einen Vernunft Entwurf gemacht hat wenn man den liest dann also 1804 wenn man diesen Entwurf liest dann sieht man ja was dann in der DDR der Fünfjahres Plan war diese beiden haben sich verschränkt in dem was wir nennen soziale Marktwirtschaft die soziale Marktwirtschaft als die Konzeption die eigentlich eine installierte Schizophrenie ist auf der einen Seite der Egoismus als Antriebskraft des Wirtschaftslebens auf der anderen Seite der Staat der vermeintlich das Beste zu wissen scheint ja wer ist denn das also diese Grund Schizophrenie wir haben hier den Übermut des Rationalismus des Staatlichen und wir haben hier die Unterwürfigkeit unter das Dogma der Unerkennbarkeit des Geistes in dem Sinne das wäre jetzt länger auszuführen wollte ich zumindest andeuten es geht auch anders ich danke her Vielen Dank.